Hey Freunde, willkommen zum nächsten Jalakko-Verbundbrett. Kosten tut dieser jetzt hier 12,50 Euro. Alles ist mit einberechnet, außer der grünen Visco. Die habe ich jetzt bei der Rechnung nicht mit einfließen lassen. Das ist von mir aus, von der Zusammenstellung her, bis jetzt das schönste Verbundbrett von meinen Augen her, was unter 15 Euro liegt. Wir fangen an mit einem Veko-Flashbang aus dem Lidl. Dann kommt eine Yellow Peony von Triplex. Kostet auch nur schlappe 1,99 Euro, hat 9 Schuss. Danach geht es weiter mit einer TXB498 von Triplex, der Magic Key. Und abgerundet wird dieses wunderschöne Verbundbrett von einer Hypnotiker. Ja Freunde, also wie gesagt, verleiten könnt ihr ja auch. Ist jedem gestattet und ist auch erlaubt. Ihr dürft nur nicht über diese 2 Kilo Verbundmasse kommen. Sprich, wenn ihr jetzt hier 20 mal die Hypnotiker dran bastelt und dann nochmal 50 mal was anderes, dann seid ihr über diese 2 Kilo NEM und ihr dürft nur pro Verbund 2 Kilo NEM. Das soll euch mal gesagt sein und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem 12,50 Euro Verbund von mir für euch. Lasst doch gerne mal ein Like da oder in den Kommentaren mal eure Meinung. Und dann sehen wir uns gleich draußen zur Zündung. Bis gleich. So Freunde, jetzt kommen wir wie versprochen zum 12,50 Euro Brett. Jetzt sind wir mal gespannt. Tja, leider ein bisschen alles schnell gekommen, aber 12,50 Euro ist okay. Tja, leider ein bisschen alles gut. Tja, leider ein bisschen alles gut. Tja, leider ein bisschen alles gut. Tja, leider ein bisschen alles gut.